. 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 Oh, Schatten! Sicher. Alpha 3, geh durch die Vordertür rein. Bravo 6, unterwegs zur ersten Etage. Torsten! Zu was ich sage! Wo war es schon denn? Ersteckte sie mal! Nur die Flitter! Feind getroffen. Ziele hinter der Tür. Zwei Ziele ausgeschaltet. Bestätigt. Sieh zu, dass das Geschoss sicher ist. Etage sicher. Erste Etage gesichert. Mehr nach. Bravo 6, gehen in die zweite Etage. Das ist sicher. Ich bin bereit, mich zu retten. Ich bin bereit, mich zu retten. Ich bin bereit, mich zu retten. Roger, komme. Lennkanate. jedes zimmer prüfen etage gesichert treffpunkt treppe bravo sechs übernehmen die dritte etage gezielt erschöße Nein! Nein! Händler! Los! Warte! Warte! Nicht bewegen! Gewahrsam nehmen! Das Kind soll still sein! Die Tasche sichern! Die Tasche sichern! Blendgranate von 2,6! Gesichert! Letzte Etage! Geh vor! Abgeschlossen! Schnapp sie möglichst lebend! Runter! Sofort runter! Nicht schießen, bitte! Sie wollten mich töten! Nicht bewegen! Sie haben mich eingesperrt! Töte sie! Sicher! Sicher! Alle Teams! Gebäude sicher! Extraktion starten! Verstanden, Bus! Roger! So eine Scheiße! Sie wollte nach einem Zünder greifen! Zum Glück haben wir sie ausgeschaltet! War das das Richtige, Sir? Darauf kannst du wetten! Wir kennen die Position des Wolfs! Der Dachboden des Al-Katala-Gebäudes war eine Goldmine! Sieht aus, als haben wir den Wolf gefunden! Wir haben die Kommunikation vom Laptop zum Ramasar-Krankenhaus in Ur-Sextan zurückverfolgt, wo sich der Anführer von Al-Katala verschanzt hat. Fahrers Truppen beobachten Terroristen-Aktivitäten im Krankenhaus. Währenddessen rückt ein Marine-Bodentrupp zum Komplexdurm. Echo 3-1 schnappt sich den Wolf zur Befragung über das gestohlene russische Gas. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020